Herzlich willkommen hier zum Wetter und Talk hier zum Marsch. Hier werden wir die Silagen vor allem kurz abkippen und zwar als Fütterbescherlager wenn wir ein Teil reingehen Heubraume Kalt machen das erste schon nass, das zweite haben wir noch reingehen so gehts auch ne guck mal kurz wir fahren aber drüber ablangen wollte ich mich nicht und ein paar Ballen, 6 Schritt oder 8 ja sogar 10 cool oh weiss und hingestellt jetzt fahren wir hin zum Papierpobrik holen ein paar Paletten Papierrollen immer langsam und ein Sägeberg der Paletten eure Paletten die werden wir jetzt holen das dafür ein Kopf bekämpft habe ich mal eingestellt ich habe den Verdacht dass das nicht funktioniert dass es erstmal wachsen muss weil die erste Runde ist ja teilweise schon gewachsen gewesen und es geht nicht weg also jetzt warte ich bis Hopf einmal gewachsen ist 2 für 1 und dann immer noch kurz Bekämpfung machen bevor wir das normal machen müssen bringt dich ja nix ne wir holen mal ein paar Lehrpaletten was Cementwerk ein paar Sachen hat ein paar Papierrollen holen wir gleich und hier gehen 40 raus Paletten mäßig dann werden wir mal 20 davon 20 davon nehmen Leerpalette 20 Stück 10 erzeugen oder erschaffen und erzeugen tun wir woanders aber das kann man ja auch so sagen so also umstellen auf äh Paletten rundballen wird nix Baumborde Baumballen und Paletten dann brauchen wir noch wir passen 40 auf also können wir durch noch 10 dazu holen dann auch wenn wir die vielleicht nicht rein bekommen aber brauchen sie auch fahren ne so Holz war alle leider aber wir haben ja mal genug denke ich mal kommen wir mal mit aus da sind es 19 einer versteckt haben wir alle jetzt haben wir genau mal Papiere ob die nun äh dafür reichen äh hoffe ja aber nicht haben wir halt äh dafür nehmen wir es halt da aus ne oh dies fährt wieder ich hatte übernacht mal äh 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 was so so dringende Arbeit haben wir aktuell nicht die ich gleich machen muss aber ist er mal so ab hier und das müssten aber eigentlich äh 20 werden ne ja zahlen wir mal 20 das sogar von äh ja reihenfolge na gut wenn man so dass man hier oben hat ist eigentlich das logische ne weil ist denkt man auf Papa klappt aus Papier darf man nichts draufstellen es gibt ja so einige Sachen äh in der Industrie wo dann drauf steht äh nichts draufstellen als Warnschild ne gut hier wird nichts passieren das ist ja nicht äh reell aber wenn die Rollen beschädigt sind dann ist das im Arsch ne dann geht es nicht mehr ich weiß aber auch dass äh größere Rollen dann liegen und transportiert werden in so einem speziellen Behälter bei dem kleinen weiß ich es nicht genau dann wie gesagt wenn die Kanten zerstört sind dann ist es äh naja gut Deutsch schwer äh abzurollen maschinell ne auf der hohen Geschwindigkeit wenn man eingerissen ne wenn man mal Deckel zu wenn man nass will äh können wir das gleich Zement mitnehmen wenn wir ein bisschen was da haben und dann kann ich wirklich mal bauen dann können wir noch mal ein bisschen Sand hinfahren bisschen nicht viel bisschen bisschen ein bisschen Stahl kaufen BGH brachte ja ein bisschen Geld ein heute müssen wir kein Geld einbringen aber hier oh hat er auch nen Kreuz hey haben wir nicht gekämpft das weiß ich noch genau haha aber ich muss es noch fertig machen äh jetzt im Frühling äh sonst ist dann ja irgendwann nicht mal die Leihgebühr teuer ne wär ja auch Unsinn ne aber heute machen wir mal so dass diese Brücke endlich mal lieber wird äh damit wir auch ne Weile brauchen bis sie fertig ist ne also jetzt haben wir Mitte Frühling fast haha zwei Tage noch im Sommer ne haha und wir haben Regen das ist äh ganz ganz wichtig wahnsinn schräge seitdem äh hätte ein bisschen flacher sein können Kontakte auch ganz gut LKW ist ungünstig auch hier ist es ein bisschen äh ja für die großen Fahrzeuge ungünstig ne ist halt so ne aber gut auch fahren wir nicht her mit LKW ist aber im reellen Leben auch oft so dass die Straßen äh noch gebaut wurden zu Zeiten wo eigentlich im Grunde ja die Fahrzeuge kleiner waren ne und nun haben wir so ne großen Dinger ne weil immer heißt immer Masse 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 also viel Papier doch da mit Paletten auch oje irgendwas fehlt garantiert haha Wasser kann nicht sein also ein bisschen warten bis er weg räumt weil ob wir Zement da haben Zement haben wir jetzt 4500 ach Gott vier Paletten Junge das war ja gerade viel Junge das ist auch schon nass das ja das ist ungünstig ne bei ä äh k k k k k k k k k aber da nimmt er nur die sachen weg, die auf er so liegen, was oberhalb ist, da fragt ja nix man doch getrennt fahren wird normalerweise, jetzt eine ladung vorne und andere da hinten naja gut, jetzt schaffen wir auch noch hier ein bisschen jedenfalls werden wir jetzt gerade filmen ich müsste ihm mal bitten helfen ich werde hier nach oben ich werde hier nach oben Ups, komm hier, nicht weg. Die Pfeifen, die Leerpalettenrechte daneben oder so, aber das Kick-Bit wird nicht funktionieren, im Prinzip hier wäre es schon logisch, dass ich die Leerpaletten von dem Papier auch für Cement nehme, aber gut. Ah, hier kommen wir eine Weile aus. Oh Gott, hier. Leider haben wir noch vier Paletten Cement. Ja, gut aber. Oh, gut. Das wird schon begehen, ne? Die hohen wir gleich. Wasser brauchen wir mal vor der Grenze. Denken wir nicht. Kohle haben wir keine hier. Normalerweise braucht ihr auch Kohle. Zementwerk. Aber. Gut. Dann müssen wir höchstens ähnlich wie globaler Marke einkaufen, ne? Oder hier. Ja. 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 Dann müssen wir gleich was im Cement beim Rückbau verarbeiten. Wenn ich nur vier Stück, dann lohnt es mir jetzt zu fahren. Ah. Uh. Und. Klar rüber. Gas. So. Mal gucken mal. Jetzt haben wir da Kies, Sand, Wasser, Leerpalette und Papier. Das ist wirklich ein bisschen mehr. Brauchen wir nicht losdüsen, ne? Wir werden mal Pfand Nr. 7 Unkraut bekämpfen. Jetzt können wir mal gucken. Hier gibt es ja irgendwo ne kleine Unkraut. ansandung da fahren wir immerhin dann testet man ganz gut ob wir das weg kriegen wenn das weg geht da können wir ja trotzdem bekämpfen da haben wir jetzt wird sogar dunkel jetzt funktioniert okay dann fahren wir die runde vor so anfang das ohne dann machen wir fertig müsste an die reich normalerweise bleiben wir dabei werden das feld noch fertig machen und zum schluss und wicke wicke gerne vor über einen leiten und einen kleinen kommentar muss nicht viel sein, hallo reicht schon der Inhalt ist ja nebensächlich, Hauptsache ist der Kommentar da tschüss oder tschau ja bis zum nächsten mal tschüss